Dr. Lukas Köhler für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Kollege Spahn, ich freue mich, ich habe etwas gelernt. Das finde ich gut. Ich habe gelernt, dass die Union eigentlich ziemlich froh ist, in der Opposition zu sein. Die Union freut sich darüber, die Antwort auf diese Debatte nicht geben zu müssen. Weil warum ringen wir so denn darum, wie das mit den Heizungen in Deutschland weitergeht? Weil es notwendig ist, eine Antwort auf die Frage zu geben, was will ich, was muss ich als Bürger, als Bürgerin tun, um für den Klimaschutz vorbereitet zu sein? Was muss ich tun, weil die CO2-Preise steigen werden? Was muss ich tun, damit ich mir Heizung in Zukunft anständig leisten kann? Das ist eine der härtesten Debatten in Deutschland, die Sie führen können. Warum? Weil es jeden Menschen in diesem Land betrifft. Und das Einzige, was Sie hier gemacht haben, ist zu sagen, ja Mensch, es gibt ein Ringen in der Regierung darum, was die beste Lösung ist. Und das finden Sie problematisch. Das finde ich irgendwie traurig. Ich hätte erwartet, dass Sie sich hier hinstellen und sagen, Mensch, Leute, das sind unsere Antworten. So soll die Welt aussehen. Sie sind doch in der Opposition. Sie können doch frei von der Leber weg sagen, was ist CDU-Meinung. Ich hätte das erwartet hier von Ihnen. Weil das wäre seriöse Politik gewesen. Das finde ich eigentlich ziemlich traurig, was Sie gemacht haben. Es ist doch klar, es braucht eine Novelle des Gebäudeenergiegesetzes. Und es ist auch klar, so wie das aus der Regierung gekommen ist, wird das nicht durch dieses Parlament gehen. Es braucht eine Novellierung. Hier ist der richtige Ort, wo wir das diskutieren. Die Ampel ist die richtige Regierung, die das diskutieren kann. Weil wir die Bandbreite innerhalb Deutschlands abbilden. Wir sagen ganz klar als Freie Demokraten, der Weg, den auch Ottmar Edenhofer gerade aufgezeigt hat, ist doch der richtige. Wir setzen auf eine starke, klare CO2-Bepreisung über den Emissionshandel, den wir möglichst vorziehen sollten. Und das ist auch richtig so. Aber das hat natürlich Konsequenzen. Weil Sie einen Emissionshandel ja nicht alleine stehen lassen können. Das hätten Sie vor 20 Jahren machen können. Aber natürlich brauchen Sie jetzt Maßnahmen drumherum, die Sie bauen, damit der Preis die Leute nicht überfordert. Und deswegen, ja, wir werden dafür sorgen, dass dieses ein gutes Gesetz wird. Das wird so kommen. Meine Damen und Herren, das ist doch der klare Anspruch. Aber das heißt doch auch, dass wir jetzt darüber ringen müssen, weil es eben ein so breites, so großes Gesetz ist. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass es technologieoffen ist, dass die Leute selber entscheiden können. Aber wir können doch Technologieoffenheit nicht damit verwechseln, wie das gerne hier mal getan wird, zu sagen, ja, das heißt, die Leute müssen nichts machen. Klar ist doch, wir brauchen ein Förderkonzept. Wir brauchen eine klare Kopplung an die kommunale Wärmeplanung. Ich weiß, das ist der SPD sehr wichtig. Und es ist auch richtig so. Es ist richtig so, dass wir den Leuten sagen, wie sieht meine Heizung, die Heizungsmöglichkeit bei mir in der Zukunft aus. Und das ist doch völlig richtig, dafür zu sorgen, dass das so ist. Und dann gibt es natürlich noch eine Menge kleiner ordnungsrechtlicher Details in diesem Gesetz. Und meiner Meinung nach können die alle raus. Es ist doch ganz klar, dass wir nicht ins Mikromanagement gehen müssen bei den Leuten zu Hause. Es ist doch ganz klar, dass die Menschen Sorgen davor haben, dass wir in deren Eigentum eingreifen. Natürlich müssen wir dafür sorgen, dass es ein Gesetz ist, das die Leute mitnimmt, dass Klimaschutz die Leute mitnimmt. Aber der falsche Weg ist doch, diese Debatte nicht zu führen. Der falsche Weg ist doch, das, was Sie in den letzten vier Jahren vor dieser Regierung gemacht haben, den Kopf in den Sand zu stecken. Und Angst davor zu haben, so eine Debatte auszuhalten. Es ist richtig, dass wir diese Debatte führen. Und es ist auch gut so. Und ja, natürlich, ich weiß, das sorgt für Nervosität. Auch in der Ampel, auch bei solchen Worten wie Wortbrüchigkeit und solchen Geschichten. Klar sorgt das für Nervosität. Verstehe ich. Das ist ein hartes Gesetz. Das tut doch mal weh. Aber wichtiger ist doch, als ein schnelles Gesetz zu machen, ein gutes Gesetz zu machen. Weil das ist das, was die Menschen von uns erwarten. Die Menschen erwarten von uns, dass wir dafür sorgen, am Ende des Tages die Antworten, die wir gerade benannt haben, jetzt das umzusetzen. Und klar ist doch, dass so ein Gesetz jede Menge Fragen aufruft. Klar ist aber auch, wir sehen, was auf europäischer Ebene passiert. Und da hätte ich mir jetzt auch noch mal eine Antwort von Ihnen, Herr Spahn, erwartet. Wie Sie Ursula von der Leyen davon überzeugen wollen, dass das, was die Kommission da gerade vorschlägt, mit 2027, Gasheizungsverbot, mit dem Dämmen von Gebäuden, die sich in Deutschland schon keiner mehr leisten kann, dass sie da mal ein Machtwort spricht und sagt, nee, Leute, so geht das auf europäischer Ebene nicht. Da hätte ich mir mal erwartet, dass da mal ein paar Antworten kommen. Das ist doch ein Trauerspiel, was da gerade passiert. Sie stellen sich hier hin und halten große Reden, und dann haben Sie Ihre Leute nicht im Griff. Na, das ist ein Trauerspiel. Da würde ich sagen, auf europäischer Ebene wird da mal ein paar Hausaufgaben zu machen, liebe Union. Am Ende des Tages werden wir ein gutes Gesetz beschließen. Das ist noch nicht so. Das ist noch kein gutes Gesetz aus unserer Sicht. Das heißt, wir reden darum noch. Aber das ist das Normalste der Welt, dass wir das im parlamentarischen Verfahren machen. Und ich glaube auch, es tut uns gut, diese Debatte hier zu führen, weil es ist ein Redeparlament, und die Debatte beschäftigt nicht nur uns hier, sondern es beschäftigt auch die Menschen in Deutschland. Und deswegen vielen Dank. Als Nächstes erhält das Wort.